Google Ad Transparency Center ist ein Tool von Google, das dir zeigt, welche Anzeigen Unternehmen in deiner Branche oder überhaupt Unternehmen schalten. Und du kannst Inspiration daraus nehmen. Wenn du siehst, eine Anzeige wird über Monate hinweg geschaltet, dann heisst es, diese Anzeige funktioniert. Zumindest in diesem Kontext des Werbetreibenden. Das heisst, sie haben wahrscheinlich ein ausgeklügeltes System im Hintergrund mit Retargeting und so weiter. Das heisst nicht, dass du kopieren kannst und sofort bei dir funktioniert, aber du kannst Ideen holen. Und heute nehmen wir von den Baulig-Brüdern ein bisschen Ideen mit für unser eigenes Marketing. Okay? Ich habe eines dieser Anzeigen genommen und wir schauen da durch und suchen Mehrwert drin und feiern das auch ein bisschen ab. Fresh aus Porsche Flex. Porsche Flex, das ist ein Move, ich nenne das Lamborghini-Marketing. Das zielt auf arme Leute ab, auf die Loser. Und da steht ja auch im Titel, die meisten Agenturen sind Loser. Das zielt also regelrecht auf arme Leute ab, die träumen davon, irgendeines Tages genug Geld zu haben, um ein anständiges Leben zu führen. Aber jetzt noch nicht dort sind. Okay. Zuerst brauchen wir noch einen Beat. Das ist ein Move, ich nenne das. So, wir sind wieder unterwegs im Auto nach Köln. Heute mal mit einem anderen technischen Setup hier. Der Kameragame wird immer mehr improved. Ich will ein bisschen noch bereden, wie dumm sich die meisten Leute, vor allem im Agenturenmarkt, irgendwie anstellen in letzter Zeit, weil sie irgendwelche total bescheuerten Ideen sich reinziehen von irgendwelchen anderen Agenturenhabern. Und mir geht das allgemein ziemlich auf den Sack. Das ist einfach erwähnt. Okay, er leidet schon ein bisschen. Trotz seinem Porsche geht ihm einiges auf den Sack. Das sind Dinge, die funktionieren. Und ihr denkt dann immer so, yo, weißt du was? Ich mach doch mal was eigenes, weil ich dann bewegt. Ja, ich hab keine Lust, das zu machen, was funktioniert. Ich probiere mal das eigene Sidequest auf. Ich probiere mal irgendwas aus, was im Scheitern verurteilt ist. Also schon vorher feststeht, aber komm, ich test das aber auch. Ja, Beispiel. Irgendjemand geht wieder hin und sagt so, yo, ich hab das mit der Kalterkrise nicht. Das ist schon ein bisschen mehr wert. Wenn man nicht Erfolg hat mit den ersten Versuchen, vielleicht nicht dann direkt kleinere Brötchen backen und Leuten anrufen, die fast kein Geld haben. Okay, also Wunschkunden musst du dir ein Bild vor Augen malen. Wer sind deine Wunschkunden? Wie ticken sie? Nicht nur Demografie. Aber wenn du merkst, dass diese Gruppe von Leuten, die du als Wunschkunden definiert hast, einfach schlichtweg kein Geld hat, dann ist das wahrscheinlich wirklich nicht. die beste Basis für ein Unternehmen. Okay? Kleinen Winzbuden an, erreicht dann da ein paar mehr Leute. Ja, natürlich ist es dann so, dass... Also nicht die Winzbuden. Nicht die Winzbuden. Winzbuden. Wenn man ein paar Tage mehr Termine bekommt, macht man deswegen mehr Geld. Nein, weil jetzt jeder einzelne Kunde, der da am Telefon ist oder von uns interessent, hat er gesagt, einfach ein winziger, winziger, winziger Anbieter ist, der selber kein Geld hat. Nicht auf die winzigen, winzigen, winzigen Anbieter. Gehen die Recruiting-Firmen zu schlösen und closen an jemanden für Recruiting-Kampagnen, schalten dann irgendwie für zwei Stellenanzeigen die Ads, kriegen dafür irgendwie 5.000 Euro oder sowas und wundern sich dann, dass es nicht in den Business vorangeht, weil er nach zwei besetzten Stellen wieder sagt, okay, Dankeschön, vielen Dank für die Zusammenarbeit, das war's aber jetzt. Und andere machen beim selben Aufwand einfach einen Deal für 30.000 im Jahr, besetzen permanent alle Stellen und die Leute verlängern da und können auch den Deal ausweiten, weil sie noch neue Kunden minimiertieren. Das ist jetzt ein bisschen bla bla, ein bisschen langweilig. Ein Tief in diesem ganzen Flow. Detalisierungsdienstleistung oder Image-Videos und so weiter und so fort. Es liegt einfach daran, dass ihr einfach immer denkt, dass eure eigenen Ideen voll Genius sind, nur weil im ersten Moment, was bewertet, was ihr versucht, einfach nicht funktioniert. Also, dein Problem ist, dass du immer denkst, wenn etwas nicht funktioniert, heisst das, du bist ein Genie. Das geht nicht, das nehmen wir hier raus. Wenn etwas in die Hose geht, heisst das nicht, dass du ein Genie bist. Weil da man euch liegt, wenn einfach euch keine Mühe gibt, gibt einfach gar keine Mühe. Du gibst dir keine Mühe. Das ist auch ein Problem. Nicht mal ansatzweise sinnvoll gehst du vor. Ihr holt euch irgendwelche schwachsinnigen Ideen rein. Und die ganz schwachsinnigsten Ideen. Wann hört das auf? Von irgendwelchen anderen Agenturen. Und dann von anderen Agenturen. Nicht von meiner, nicht von seiner. Alle komplett lost sind einfach auch nicht aufgültig. Die sind komplett lost. Das heisst, ihr hört dann irgendwie von irgendeiner anderen 40k im Monat Butze. Die 40k im Monat Butzen. Hört auf, auf dich zu hören. Eine Agentur, mag irgendwelche Bros von euch oder irgendwelche Hören sagen, wenn wir eine andere Agentur heute dann? Nicht die Bros, nicht die Bros. Was die jetzt angeblich machen, ja, zum Beispiel, ja, irgendwie sowas schwachsinniges, wie Setup zu provisionieren zum Beispiel. Ja, die provisionieren die dann. Das klappt richtig gut. Damit kriegen die richtig viele Leute, die sie heiern können und so. Ja, super. Dafür ist dann aber auch der Vertrieb zum Scheitern verurteilt, weil die ganzen Leute irgendwelche Schrotttermine in den Kalender reinjagen. Und dann... Schrotttermine. Zweimal pro Jahr vielleicht Schrotttermine. Sonst... ...close überarbeitet ist. Und irgendwie zwei Closer nötig sind, irgendwie 40k zu machen im Monat, was normalerweise mit zwei Kunden schon drin sein sollte. Die einer nebenbei closed, ohne eine richtige Auslastung. Also, ihr habt einfach komplett abstrakte, loste Ideen, die ihr teilweise irgendwie übernimmt. Einfach nur, weil ihr denkt, es besser zu wissen. Du bist der Besserwisser. Nimm's von ihm. Du bist der Besserwisser. Jemand wie ich wirklich eine neunstellige Summe umgesetzt hat und System entwickelt, mit dem seine eigenen Agenturen... Weil, was ihr nicht checkt, ich hab ja auch Agenturen. Ich bin ja Mitinhaber über unsere Holding bei diversen Beteiligungen von uns, die Agenturgeschäft und auch Softwaregeschäft machen. Und ich hab jetzt mehrere tausend Agenturen beraten. Und nahezu jeder, der mehrfach sechsstellig mit einer Agentur macht in Deutschland, ist irgendwann ein Kunde bei uns gewesen. Okay? Das heißt also, ich weiß ganz genau, wie es funktioniert. Und jetzt geht ihr hin. Und es geht nicht mal um nur Kunden von uns, sondern viele Informationen sind ja auch bekannt, weil ich auch bei Videos hier preisgeben muss, und so fort. Jetzt geht ihr hin und weicht davon ab, weil ihr denkt, ihr wisst irgendetwas besser mit eurem 30k Umsatz im Monat. Mit welcher Berechtigung, mit welcher Berechtigung nehmt ihr euch heraus, durch getestete... Mit welcher Berechtigung nimmst du dir heraus, irgendwie was Kreatives zu tun? Etwas nicht Bewährtes. Etwas nicht von ihm Abgesegnetes. Sachen zu ändern. Hier möchte ich mal ein einziges kurzes Beispiel mit. Hier, wir blenden jetzt mal an der Stelle von der Seite Umsatz.io den Part ein, auf der Seite, wo man die Codecalls sieht, die bisher getätigt wurden, über die App. Also auf jeden Fall über 2,9 Millionen Anrufe, die allein getätigt wurden, seitdem wir im letzten Jahr bei Umsatz.io, seitdem haben wir angefangen, das so zu tracken, von vielleicht einer niedrigen, vierstelligen Anzahl von Vertrieben an der Plattform drauf sind. Ein guter Teil davon sind Bauli-Kunden, ein guter Teil davon macht explizit Codecalls, explizit DMC-Strategie, explizit andere Formen der Telefon- und Katerkrise. Jetzt haben wir alleine hier also, messbar, sagen wir bei unseren Kunden davon, mal mindestens irgendwie 2 Millionen Codecalls. Großteils drin wahrscheinlich auf dieser Plattform. Jetzt gehst du hin und denkst dir, nö, weißt du was, ich schreibe heute mein eigenes Skript. Warum nicht? I feel lucky. Ich mache einfach mal meinen eigenen Scheiß heute. Und dann denkst du... Du gehst hin und denkst, du könntest Glück haben. Wie kommt dir das in den Sinn? ...weißt du, befähig dich dazu, existente Sachen, die funktionieren, abzuändern? Warum denkst du, oh, wenn es ein System gibt mit gewissen Regeln, mit gewissen Erfahrungswerten, die gesammelt wurden, dass du dich daran nicht halten musst? Wie kommst du auf diese abstrakte Idee? Wie viele... Wie kommst du darauf, dass du dich nicht an die Regeln halten musst von ihm? Geht's noch? Wie hohen Codecalls hast du quasi ausgewertet? Wie viele tausende Stunden hast du in Livecalls verbracht, um Feedback zu geben und dann die Daten davon zu sehen zum Thema Codecalls? Wie viele Codecalls haben deine eigenen, keine Ahnung, 10, 12 Mitarbeiter... Okay, jetzt wird's wieder ein bisschen langweilig. ...das ist doch gar kein Plan. Du hast einfach absolut gar keine Ahnung. Deswegen ist es so... Was sicher ist, du hast keine Ahnung. Sich einfach, ich mir anhöre, wie irgendwelche komplett verkappten Leute hingehen und existente Prozesse einfach vollkommen lost aufweichen. Nächstes Thema, ja? Hiring. Das ist auch so ein Ding. Es ist absolut und in jeder Hinsicht erwiesen, dass gewisse Menschen auf gewisse Jobs nicht draufpassen. Da gibt's diverse Persönlichkeitstests, die man machen kann. Und man sollte einfach diverse Vollidioten nicht in die eigene Firma lassen, nicht einstellen. Okay, das ist ein Learning. Das haben wir heute gelernt. Vollidioten nicht einstellen. Feiern wir das ein bisschen. Mehrwert. Keine Vollidioten einstellen. Aufschreiben. Keine Vollidioten in die Firma reinlassen, weil, stell dir vor, du hast 15 gute Leute, du hast ein eingespieltes Team, jetzt kommen ein, zwei Knalltüten da rein, in die Firma. Irgendwie sind unsere Land, messen dann rum, machen irgendeine Scheisse, sondern dafür, dass irgendwas Kritisches irgendwie nicht geil gemacht wird. Wir lernen auch ein bisschen die neue Art von Ads, oder? Viel Scheisse, Vollidioten, dumme Ideen, abgekackte Versuche. Kriegen gesponnt werden, die zerschliessen dir so ein A-Player-Team, binnen drei bis vier Monaten, easy peasy, lemon squeezy nebenbei. Es stimmt allerdings, dass es so ist, dass wenn man die falschen Leute ins Team holt, das Team sehr schnell weniger performt, das ist tatsächlich so, aber nicht wirklich neu. Und dann ist deine Firma komplett im Arsch, und du hast einfach ein halbes Jahr Progress verloren, weil irgendwie vier, fünf Leute wieder neu heiraten musst, weil die haben gekündigt haben, weil einer in der Kunde irgendwelche... Ja, das ist jetzt nicht wirklich neu. Oder einer von denen sorgt dafür, dass alle irgendwie sich so zusammenrotten und irgendwie anfangen, wieder als Geschäftsführer und Ultimaten zu stellen. Da musst du da einmal Tabula Rasa machen. Ja, ja. Jetzt gehst du hin, weil du zu blöd bist, den Kunden richtig zu machen, weil du nicht in der Lage bist, Ads zu schalten, die mal halbwegs performant sind. Du bist blöd. Zu blöd für Ads. Zu blöd für Ads. Versuchst seit drei Wochen jemanden zu finden, eingestellt. Jetzt denkst du dir, nein, warte ich frag mal, der größer ist, der schon so 30 Mitarbeiter hat, mehrfach sechsstellige Monatsumsätze, bei dem jetzt ja wohl laufen, wenn der mir dann sagt, ey, wir machen kein Persönlichkeitstest, ich will einfach jeden einen mit dem Probetag, dann kommen die vorbei, wenn der Bein passt, dann stellen wir dir einfach ein, huhu, ja. Und dann sagst du, wenn die das aber machen, wenn die das anders machen, als der Andreas, das vielleicht sagt, oder der Markus, dann gibt es ja wahrscheinlich mehr als einen sinnvollen Weg, das irgendwie zu skalieren aufzubauen. Ja, denkst du? Denkst du aber, was du nicht bedacht hast, ist nicht zu fragen, oh, warte mal, bei der Agentur da drüben, ja, wie so groß ist unser Superschein, so, wie viel Geld verdienen die eigentlich noch? Wie groß sind die Fixkosten geworden? Was zahlen die für die Mitarbeiter, das auch die Z, was sie machen? Wie lange sind die ganzen Mitarbeiter da schon, weil wir den im halben Jahr irgendwie 15 extra Mitarbeiter aufgebaut haben, mich aus der Probezeit raus, und weiß noch gar nicht, dass er dann noch entlassen werden, oder ob das Ding auch noch läuft, im halben Jahr. Nimmst du die Tipps an von irgendeiner, da ist immer, also euer Problem ist ja, ihr denkt, dass jemand, der 3-4 Millionen im Jahr macht, groß ist, das ist immer noch kein grosses Unternehmen, okay? Aber das nimmt die Tipps an von jemandem, der 3-4 Millionen im Jahr macht, Lager-Do-Space, der tut dann keine Persönlichkeits-Tests, was, aber nicht, im Hintergrund haben die gar keine Marge mehr, da haben aber gar keinen Umsatzrebit, die machen gar keine Kohle, weil diese Wackos, die sie eingestellt haben, die ganzen Mitarbeiter, so scheiße. Die meisten Agenturen mit 3-4 Millionen Umsatz machen gar keine Kohle mehr, weil sie Wackos eingestellt haben. Sind, dass erhebliche Effizienz abhanden bekommen ist, da geht nichts mehr, kriegt das Management 0,0 hin. Was machen sie dann? Sie nehmen sich irgendeinen Tutor bei Google gerade. Aber die Anzeige funktioniert. ...stellt ihn als Head of Culture ein, zahlt ihm irgendwie 90.000, 100.000 Euro Gehalte im Jahr, damit er anfängt, die Leadership und die Vision auszuarbeiten. Dann geht der Typ hin, der wird dann eingestellt. Das ist ja auch so eine guter abstrakt Idee, irgendwelche komischen Leute aus Konzernen zu heilen für 30, 40 Mann in einem Unternehmen. Die gehen dann hin und machen dann irgendwie, keine Ahnung, die machen aus seinem Business irgendwie Leftist Utopia. Das stimmt allerdings, dass Corporate-Leute nicht in die kleinen Agenturen passen oftmals. Leider auch schon erlebt. ...und sorgen dafür, dass alle ihren Safe Space haben und so weiter und dann geht das noch mehr ab. Dann, was da immer passiert, achten wir drauf, so viele Agenturen haben Tabo der Raser gemacht. So viele Agenturen haben wir im Skalit auf 40, 60 Mitarbeiter, da haben wir einfach wieder 20, 30 Mitarbeiter einfach rausgeschmissen, weil sie einfach die ganzen Vollidoten geonboardet haben. Es ist einfach unfassbar. Oder die nächste relativ schwachsinnige Idee ist die ganze Remote Culture. Natürlich kannst du eine Anfall A-Player im Remote auch mal heiern und so, aber das heißt, dass eine ganze Firma auf Remote Culture aufgebaut sein sollte, wenn man eine digitale Arbeit hat, das heißt, das solltet. Remote Culture, Sie sind heikel, das da einzubauen und so plakativ zu simplifizieren, aber okay, es gab... Vor allem Knalltüten, die Knalltüten nicht. Ja, weil sie zu Hause irgendwie es schaffen, zu verstecken, dass sie nichts machen. Jetzt hast du irgendwie 60 Mitarbeiter aufgebaut und davon sind 15 vollkommen unnötig, bevor du gefeuert werden. Der Laden läuft sogar besser als vorher. All diese Sachen, die werden ja da im Markt propagiert von irgendwelchen Schwachmarten, die nicht einmal ansatzweise mehr 30, 40 oder 50 Prozent Umsatzrendite in ihrem Business haben. Wenn du eine Agentur... Was überhaupt nicht einen Zusammenhang hat mit Remote Culture, sehr häufig haben Leute in Home Office oder auch Remote Office die bessere Ergonomie, den besseren Arbeitsplatz als im Büro, aber das ist ein anderes Problem. Das ist ein anderes Problem. Also das sind einfach mal mindestens 30 Prozent Umsatzrendite, egal auf welchem Level. Sagen wir mal bei 10 Millionen, wenn du noch 2 Millionen Profit machst, okay, whatever. Aber wenn du 5 Millionen machst und du mindestens 2 Millionen Profit, what the fuck machst du da eigentlich? Ja, also von mir aus kannst du ein Unternehmerlohn noch mit einkalkulieren in diesen Gewinn quasi. Aber wenn du das nicht vor Schneider hinbekommst, dann machst du einfach alles falsch. Du bist scheiße im Hiring, stellst du irgendwelche Knalltüten ein, du bist nur kommend und digitalisiert, du hast null Anteil an Erfolg bei der Kunden, du hast zu wenig Angebote bei deinen Kunden, du weißt nicht, wie deinem Kunden kommst, du hast nur eine einzige Parable, du machst einfach alles falsch. Und was wollen sie alle stattdessen? Boah, ich will eine coole Agency mit ganz vielen Mitarbeitern, damit ich irgendwie bei LinkedIn flexen kann, wie geil ich bin, aber ich mache immer noch keine Kohle. Und das ist das Problem, ihr guckt euch einfach rechts und links bei Menschen Knalltüten, die es nicht hinbekommen haben, die nicht wissen, wie es funktioniert, die euch blenden. Also ihr zieht euch einfach Informationen rein, ohne mal zu prüfen, von wem kommen die eigentlich, ja, wie viel geht da wirklich, wie viel Geld machen die überhaupt, was bleibt da hängen, wie sieht der Livestack aus des Inhabers, ist überhaupt erstrebenswert, mehr Infos von dieser Person reinzuziehen und vor allem auch, ja, warum macht diese Person nicht noch mehr Geld? So, 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 warum könnte ich niemanden fragen, denn ich mindestens mal eine halbe Million macht im Monat und dabei auch am mindestens 150.000 Euro und mehr raus hat und gleichzeitig auch in der Lage ist, Urlaub zu machen, wenn man immer will und der Laden läuft von selbst. das ist eigentlich das, worum es geht bei diesen ganzen Agenturthemen. Ihr orientiert euch einfach bei kompletten Nulpen, faustet das auf dem Level aus. Orientiere dich nicht weiter bei Nulpen. Wo ihr sowieso schon euch die Cap-Limits reinholt, einfach nur, weil ihr die dümmsten Ideen einfach weiter tragt, sondern das einfach überhaupt nichts bringt. Es ist also nicht sinnvoll, überhaupt irgendjemanden zu fragen, der noch nicht, sagen wir, immer zu Ende skaliert ist und der nicht einen ultrageilen Lifestyle hat und das auch länger als ein bis zwei Jahre. Denn natürlich kann jeder mal irgendwie das Geld von der Firma rausblasen, aber solange wir noch nicht mal richtig die Steuerzahlung im Griff sind, was wir auch wieder auf die Reihe kriegen und es im dritten Jahr eventuell nicht zu einer bösen Überraschung kommt, solange das nicht bewiesen wurde, dass wir das hinbekommen, kann man auch dem nicht richtig zuhören. Also dem kann man zuhören, eigentlich schon jemandem, der es jetzt wirklich schon mehr als fünf Jahre macht, selber mehrfach Multimillionär ist, selber wirklich extrem Lifestyle-orientiert. Das beißt sich ein bisschen damit, dass er auch mal angefangen hat und von Null auf skaliert hat. Offensichtlich waren seine Kunden dann blöd, das zu tun. Alles hinbekommen, wer kein Problem hat, jemanden zu gewinnen, der genau weiss, wie es funktioniert, der nicht schon irgendeine Krise, wenn man betroffen ist und so weiter und so fort, da bleiben nicht viel übrig. Insbesondere nicht eure kleinen Feldwald- und Wiesen-Coaches, die irgendwie euch, weil sie selber die Agentur bei 50 Geilmonat gecappt sind, euch jetzt verraten wollen, wie man irgendwie eine Agency besser scalen kann und was besser macht. Also absoluter Schwachsinn, absolut hängen geblieben und das ist das Problem hier an diesem Markt. Alle sind so faul mal. die Grundlagen richtig zu machen, dass die ständische Versuche wahrscheinlich die Objects sind und deshalb geht es da nicht voran. Was ihr braucht für die Basics? Ja, macht mal die Basics. Was könnt ihr jetzt tun? Ihr könnt jetzt konkret einfach euch mal bei uns zum Kosten- und Erstgespräch melden. Dann sprecht ihr mal mit Beratern, wo die Berater schon seit mehreren Jahren in einer derselben Firma arbeiten, nicht irgendwelche ausgebildeten Weco-Closer sind, die von drei Wochen irgendwie für 3.000 Euro so eine Closer aus dem Null gekauft haben, die es irgendwas erzählen wollen, sondern wo die Leute seit Jahren dabei sind, selbst tausende Leute beraten haben, einfach wissen, wie es funktioniert, wirklich die Art des Vertriebs, der heute gemacht wird, hier in Deutschland, erfunden haben. Das haben nämlich wir hier perfektioniert in diesem Unternehmen über Ole Consulting und allen beigebracht. Alle anderen sind nur Abklatsch und Derivate von so. Also wenn du Hochnasen-Marketing lernen willst, dann Hochnasen-Vertrieb, I don't know, dann haben sie das perfektioniert für dich, gell? Vorgehensweise und wissen teilweise selber nicht genau, wie es funktioniert. Das könnt ihr natürlich weitergeben. Dann lernt ihr mal, wie es wirklich funktioniert. Also bei uns 60 Minuten Erstgespräch bringt mehr als woanders für Unsummen irgendwelche sinnlosen Trainings und sinnlosen Veranstaltungen zu buchen, sich dann die Mindset solche in die Firma reinzuholen. Wenn ihr bei uns drin seid, da könnt ihr das hier gehen, das eure Agentur mit den Prozessen, die wir euch mitgeben, mindestens mal auf einer halben Million Euro im Monat oder mehr scaleen kann. Ja, oh Wunder, viele Agenturen, die auf dem Bier geknackt haben im Monat, sind auch Baulig und und die sind auch gut profitabel dabei. Und die machen diese sinnlose Scheiße nicht. Und dementsprechend geht jetzt auf www.bualig.de, tragt euch ein für kostenlos Erstgespräch und überlegt euch wirklich, von wem ihr euch übliche Tipps holt für euer Business, vielleicht sogar für euer Leben, weil es gibt einfach so viele absolute Vollidioten da draußen, die einfach nicht ansatzweise, nicht ansatzweise in der Lage sind, dasselbe zu liefern, nicht ansatzweise in der Lage sind, dasselbe Insights haben. Und es ist einfach ein absoluter Joke, was ihr denkt, was funktioniert und wie es wirklich geht und dann abzuweichen von diesen bewerten Phaden, es kurzfristig einfacher zu haben, weil langfristig ist, nur Probleme damit zu erzeugen, es ist unfassbar lost was raus passiert und es nervt mich einfach, dass viele viel weiter sein könnten, haben einfach sich dumme Ideen recht zu nix einfangen, für Leute ist es auch nicht besser. Also es nervt ihn irgendwie. Irgendwie nervt ihn lost. Und das ist das letzte Ding, ja, die wissen es auch nicht besser. Die machen es ja nicht mit Absicht, dass wir euch eine Scheiße erzählen, die wissen es einfach nicht besser, aber wenn sie selbst hängen geblieben sind auf 200.000 Euro im Monat, wie sollt ihr euch dann erzählen, wenn über 200.000 Euro im Monat hinauskommt? Ja, das ist der Punkt. Sucht euch jemanden, der wie wir für sich selber 38 Millionen letztes Jahr umgesetzt hat. Geld. Nicht Auftragsbuch. Geld. Und schaut euch genau an, wer kann es, wer kann es nicht. Ich habe ja in meinem Side-Hustle, in meinem Side-Hustle habe ich ja Agenturen und Softwareprojekte, die grösser sind als du. Du kleines Piep. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, warum du gerade bist, der zuhört, meine Neben-Side-Hustle-Aktivitäten, denen ich in der Woche zwei bis drei Stunden Aufmerksamkeit widme, laufen besser als dein Hauptbusiness, über das du 24x7 nachdenkst. Jetzt hast du es. Weißt also, wenn du lernen willst, wie es geht, geh jetzt auf www.adressbaulig.de und treib dich jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Schau dir genau an, zu links, vergleich dich mit irgendwelchen anderen Agenturen, orientier dich nicht nach oben an Leuten, die zwar viel Geld produzieren, aber wo nichts übrig bleibt bei ihnen und lerne einfach, wie es geht. So, rent over. Das will ich, ciao, ciao. So, nafsät, jetzt wissen wir einiges. Du solltest jetzt anfangen, nicht mehr Vollidioten einzustellen. Okay, see you soon, bye, bye.